Ich mache eine Empfangsdame, es kann nicht jeder einfach hier reinspazieren. Sieh dir das an. Ein haufenroter Kreise? Jeder Kreis zeigt, wo ein Körperteil gefunden wurde. Ist das ein Flughafen? Los Angeles International. Der Leichenbeschauer sagt, die Überreste sind in ziemlich schlechtem Zustand. Also schnipsen Sie es dem FBI zu. Flughäfen fallen unter die Bundeszuständigkeit. Exzellenter gebrauchtes Wortes Schnips. Ich kann nicht nach Los Angeles fahren. Ich muss einen Krieger aus der Eisenzeit authentifizieren. Einen Krieger aus der Eisenzeit? Wann war die Eisenzeit? Vor 1500 Jahren. Ah, frische Körperteile sind vielleicht ein kleines bisschen einiger. Ist dir bewusst, dass es viel mehr frische Leichen gibt als unversehrte Exemplare aus der Eisenzeit? Wenn du so redest, dann tust du das, um mich zu sagen, oder nicht wahr? Müssen wir das jedes Mal durchkauen? Ganz genau. Booth kann nicht einfach hier reinstehen und sagen, pack deine Koffer, wir fahren nach Halle A. Oh ja, ja, die Eiszeitkriegersache. Eisenzeit. Und das ist nicht das Einzige. Dr. Brennan soll für das Ministerium drei Leichen identifizieren, die hier wo gefunden wurden. Das darf ich nicht sagen. Es geht doch darum, Agent Booth. Dr. Brennan wird bei einigen äußerst dringenden Fällen gebraucht, und zwar hier im Museum. Wieso sollte sie nach Kalifornien gehen? Ein schicker Fall in Hollywood? Wäre eine ziemlich gute Presse für das Jeffersonian, oder? Aber Dr. Goodman, Sie haben gesagt, der Eisenzeitkrieger hat höchste Priorität. Da springe ich für Sie ein. Sie packen Ihre Koffer.